so ihr lieben willkommen wieder zurück bei entschraudet der onki hier hallo youtube da sind wir wieder ja wir haben beim letzten mal die flamme gestärkt was ziemlich cool ist wir können jetzt sechs altare aufstellen können durch die passierstufe drei und man vorher nicht und haben charakter attributs boni von zwei und sieben minuten im jasmi an die nächste sie dann die andere nummer darüber reden wir gar nicht kann man das mal auf 33 den jasmas sehen brauche schon den altar wieder aufzuwerten von quadratmetern her so viel haben wir noch nicht gebaut baufolge macht beim nächsten mal was wir jetzt machen müssen ist folgendes wir gehen mal hier machen mal die quests hier jetzt wo wir können die gerüchte des alchemisten stelle einen verbesserten greifhaken her durch den sieg über die blindere mutter am kinder hügel das haben wir letztes mal gemacht wem es interessiert guckt rein ist eine gute folge benötigen wissen zu erstellen vergreifer freigeschaltet die verbindung des verbesserten werkzeugs verbraucht weniger ausdauer stelle ist mit hilfe des schreiners her dann machen wir das wissen der schreiner das sollte gar kein problem sein erstellen 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 ist abgeschlossen so das war's für heute tschüss nö geil jetzt haben wir den da formidabel so nächste quest geht das jetzt hier erobere die willnis zurück die weg fest festlegen das machen erobere die willnis ist ja easy jetzt kann man nämlich über diesen fluss das konnte man vorher nicht naja na dann machen wir das einfach mal acht heiltränke haben wir alles repariert soll denn jetzt schon passieren 200 meter hat das ist da das mal ein paar mal gestorben entschuldigung was müssen wir denn da eigentlich machen die bäuerin will dass sie die warte im düster nicht der oberst reiche die spitze der warte also da müssen wir hoch oh 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 okay das war jetzt alles noch nicht so schlau wir müssen erstmal benutzen nutzen benutzen okay 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 ich kann ja mag ja seine schön aber mal gucken ob das alles so läuft aber das hat wehgetan bis ruf 11 oder ist ich habe ein schild warum benutze ich das nun die nächste frage ja Da, Schild benutzen. Das Schild benutzen, Onky. Das Schild, das Schild. Ey, geil. Können wir da durchmarschieren? Alter, als bis da kam er noch nie. Das gefällt mir alles nicht. Boah, da ist... Was ist das für ein Pilz? Was ist das für ein Pilz? Nur Dings, ne? Ja, ist mal Flüssigkeit. Da ist alles gar nichts, ne? Dann nur an oben. Okay. Dann schauen wir uns den Spacken. Ach, komm schon. Die sind mal da außen rum. Den speist mal an hier. Wir müssen die Bude da um. Okay, dann muss ich hier ausbauen. Okay, das ist wahrscheinlich keine gute Idee. Kann das Tier? Okay. Okay. Untertitelung des ZDFs das teleportieren ist ja ganz geil aber dafür da soll ich nicht drin stehen der bild sind drei giftsäcke die düster licht düster dick ist düster dick ist licht warte hier was gibt es hier was was uns interessiert ich wirklich war ein bisschen salz da manchmal ein bisschen reinzugucken ist noch ein mail gut das können wir produzieren weil man knochen hat kann sagen kriege ich das hin danke was vom blenden nein ja gut gehen wir mal hoch so da müssen wir rein auf jeden fall da sind zwei so und dingens jetzt sind wir dann haufen kann man steinbälle wachsknochen alles nichts erstaunlich geiles hier liegt was keine kupfer machen die braucht man alles ihr licht das cool das wollte ich eigentlich schon mal herstellen ist manchmal ganz praktisch wenn es so hausendunkel ist wir sehen durch heute nichts auch neben da ein knöpflein hervorragend und die hätten wir auch geschafft eins von zwei brennt die tür haben wir was mit der tür die hier kommen beschere mir geiles zeug bitteschön Leute, 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 geh mal da raus. Frische Luft schnappen. Ist gar nichts, ne? Moinsen. Und tschüss. Salz. Leuchtstaub ist das, nicht? Ja, wenn man schon alles braucht. Ein bisschen Wasser. So. Ja, easy peasy, lemon squeezy, Kinders. Daneben. Nicht drin. Okay. Das hier so dunkel, muss das so? Gebrannter Ziegel. Auch nicht schlecht. Okay, dann geh mal hoch. Düster dick. Ich warte. Die ist schon mal gut. Endlich haben wir das auch mal so in die Richtung. Dann werden wir schon. Stacheln. Stacheln. Da hier ein groben Baum. Reicht das schon? Reicht. Das Problem ist, ähm... Jetzt trotzdem guckt. Ha, wegen Truhe. Dietrich Hammer. Vergesse ich auch immer herzustellen. Trank der Brut. Alles gut. Wir haben einen Trank der Brut. Erstmal über den Lebenstrank. Muss man auch immer vorher nehmen. War mir schon klar, wenn man das so einfach von da hinten abschießen kann, dann... Geht das nicht so. Dann ist da was. Die Bandage. Wenn es gar nicht mehr geht, ist die auch gut. So. So. Zwei braucht man noch. Da rein wahrscheinlich. Nee. Junge. Hier Licht. Gebet der Flamme. Das haben wir doch schon, oder nicht? Wo war denn das? Ja, jetzt haben wir zwei davon. Nur nie benutzt. Aber es wird der Tag kommen. Komm mal da hoch. Was ist da oben? Ein Topf mit... Salz. Ziedel. Dei. Drüben müssen wir hin. Wir können schon ein bisschen mehr reinmachen. Was ist das? Jasma in Berlin. Wir waren lange nicht mehr im Jasma. Also wirklich toll. Wolfsschland. Ja. Wolfsschland. Wolfsschland. 29 Schaden. Schnitt, Stich und Wucht. Das haben wir erst auf Ding umgestellt, ne? Wo ist mein altes Schwert? Das habe ich doch hier. 26 Schaden. Selten. Nicht so geil wie das andere, aber immerhin. Nehmen wir das mal. Gut machen. Gibt es Stein. Könnt ihr euch behalten. Los Steinos. Ich brauche aber hier eine Taste. Wo ich da jetzt wieder... ...debie gemacht. Oh nein, ich wollte nicht da runter. Da sind wir gekommen. Ja. So. Geht es denn da lang? Lassen wir mal vorhin hin. Dann rüber. Da sind wir gekommen, oder nicht? Oh ne, das müssen wir ja aufmachen. So. Autsch. Nach rechts rum, wa? Ach, ich bin auch doof. Kinders. Was konnten Erdbeeren? Stundheit wiederherstellen. Ja, Krampf. Messen wir die mal. Oh, geil. Besserer Heiltrank. Oh, was braucht man immer. War wieder mal arschknapp. Gehen wir nochmal da hoch. Ist hier was? Ne. Muss doch da oben irgendwo was sein. Sie ist da drüben. Alter, nein. Du es nicht. Oh. Oh. Ich habe es doch gesehen. War da oben irgendwo. Da drüben, Mann. Komme ich da hoch? Gar nicht, oder was? Ich kenne mich auch null aus hier, ne? Gehen wir nochmal hoch. So. Darüber muss ich, okay. Geht es aber nicht weiter. Geht es außenrum weiter. Nope. Das da könnte ich hier machen. Ich will da aber auch rüber. Kommt man da rüber? Gar nicht, oder was? Was machst du? Nee. Ah, ja. Ich habe es. Ich habe es. Ach, komm schon. Spring, mein Freund. Geht doch. Jetzt bin ich hier. Wollte ich gar nicht her. Ein Fano-Zauberstab. Feuer. Das ist natürlich, äh, ähm... So denn. Der ist zwar gewöhnlich, macht 29 Schaden. Der andere ist episch und macht weniger Schaden. Tauschen wir mal. Tja, jetzt bin ich aber hier. Und hier wollte ich halt auch nicht her. Also hier geht es noch. Oh, ich weiter. Oh, ja. Okay. Irgendwo ist die Taste. Nobody. Da drüben. Da müssen wir hin, irgendwie. Durch geht es natürlich nicht. Geht. Okay, schade, dass ich da hoch nicht komme. Aber das ist egal. Die Tür ist jetzt erstmal auf. Und wir nehmen Aufzug nach oben. Und, äh... Du, 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 du. Heute ist ja so ein Tag, du. Sag ich euch. Jetzt kommen wir endlich mal wieder hier zum... Los, zock los. Letzter Zeit hat es ein bisschen schlechter ausgesehen. Dein. Halbblatt. Auch nicht schlecht. Zwei Dinger müssen wir öffnen. Und hier ist schon mal Lava. Okay, die bringen nix. Steigen allein, okay. Muss man meinen, äh... meinen Bogenwandern das hin tun? Vielleicht einfach hier. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich möchte da hoch. Vielleicht geht es von hier aus hoch. Rechts oder links, Kinder? Rechts oder links? Rechts. Das Schöne an den Türmen. Da ist kein Mensch, der uns da großartig auf den Keks geht. Moment. Weiter geht. Zocken und nebenbei arbeiten. Alles nie so einfach, Leute. Machen wir gut. Okay. Geht's da rein. Treppchen. Guckt euch das an. Aber zuerst wollen wir hier unten auch. Seht ihr das? Die Kiste. Kiste, 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 Kiste. Knochenmehl, Salz, eine goldene Kiste. Tan, tan. 15 Kraft. Wir hatten mal ein aktueller Bogen. 18 Kraft. Episch. Selten. Den behalten wir auch mal. Den kann man bestimmt mit dem Schmied noch ein bisschen aufpimpen. Werden wir auch mal langsam wieder ein bisschen stärker. Wird auch Zeit. Richtig Bandage. Ja, da müssen wir hin. Okay, verstehe ich. Verstehe ich. So weit sind wir aber noch nicht. Mach kaputt. Okay, was gibt's? Kupferbarren. Immer gut. Wir haben weder Kupfer noch Sonstiges. Kann man alles nicht herstellen. Metallplatten. Keine Schreie. So, da waren wir schon. Da ist eine Kiste, Kiste. Immer alles. Heiltrank. Ah, die Zeiten vom besseren Heiltrank. Scheiße. Tja, hier waren wir rechts. Dann gehen wir nochmal links. Schauen uns. Ah, oh. Schauen uns ein bisschen um. Da haben wir gerade die Kiste gemacht. Okay, das heißt, hier ist nix zum drücken. Haben wir da draußen schon? Da liegt zwar was, aber auch nix. Hier kommen wir wieder zurück. Hier kommen wir hoch. Ach da. Guck da. Guck da. War leider daneben auch noch. Gar keine Munition. Das ist eher ungünstig, Leute. Kann ich das Handwerk... Essentiell, es wären vielleicht Pfeile? Holzpfeil. Oh no, no, no. Kann ich das auch mit dem Zauberstab machen? Aber die ist schon aus. Gut. Ihr seid ja auch lustig, Leute. So, ich dachte, es geht über den Aufzug hier. Na ja, na ja, na ja. Na, das ist da dicht. Wer ist hier dicht? Und du ist da. Alles ihr Licht. Geil. Können wir immer gebrauchen. Das Schöne hier an den Türmen sind keine Monsters. Aber wir sind schon oben. Das Unterholz, das düsterdicht, verbirgt den Wahnsinn, die Wiege des Elixiers, die Wurzel, der Feil ist, die Saat des Irrsinns. Einmal wir in das Krankheiten und Chaos eingebettet in das Herz der Welt. Formidable. Jetzt haben wir das. Jetzt sind wir da. So, sehen wir überhaupt nichts. Doch egal, ich habe auch eine Fackel. Guckt euch das an. Da sind wir. Jetzt können wir hier Schnellreise machen. Geil, ha? Kinder, geil ist das. Leute, so geht das. Versteht ihr das Spiel jetzt? Nicht in irgendeinen Dungeon reingehen und nur aufs Maul kriegen. So. Mal mit Leidenschaft hier. Mit Musik. Na, na, na. Geil, Kinder. Es war schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Aber schlieb, der Onki. Tschüss, love.